Musik Okay, okay, ich weiß, die Musik ist doof. Tja, was hier abgeht, das ist Unterricht. Mein Unterricht an meiner Schule. Ich bin Gerd Kassel und seit 34 Jahren als verhaltensauffälliger Lehrer tätig. Aber bis heute ohne Burn-out-Syndrom. Oh, ich liebe meinen Unterricht. Je mehr Action, so besser. Das, was in diesem Videoclip hier gezeigt wird, das ist mein legendäres Kachelprojekt. Seit mehr als 30 Jahren wandern von Schülern produzierte Handmade-Kacheln an öde Schulwände. Die älteste Kachelwand an dieser Schule hier in Freigerecht stammt von 1982. Musik Die Kids der Klassen 5 bis 10, die ich in den Fächern Kunst und Arbeitslosigkeit, lehre Unterrichte, bauen genormte Kacheln und gestalten sie mit Flach-, Tief- oder Hochreliefs. Heute übt die Klasse R10A erstmals die Produktion von Hochreliefs. Musik Fingerkondome. Ja, die dürfen auch schielen. Voll aus dem Leben. Wir machen alles voll aus dem Leben. Ja, so machen wir das immer. Ich bin nie mal im Weg. Und singt schmutzige Lieder. Und dann fahren wir damit durch zum Kopf. Scheißegal. Scheißegal. Das wäre der Kalle überhaupt. Über den besten Karten, Alter. Ach du Scheiße. Jetzt haben wir noch nicht fest. Ihr sollt nase machen, keine Pippel. Wie war gut, was ich schaffe, wie war. Das war naheliegend, dass das da so lange dauert. Ich habe schon nach der Abschlussfeier. Hä? Nach der Abschlussfeier hast du Atemprobleme. Das kann ich mir vorstellen. Habt ihr eine Abschlussfeier schon geplant? Ja. Das heißt, ich soll jetzt nochmal vorbeikommen und mich mit euch abschließen. Ganz richtig ordentlich betrinken. Meine Löffer, komm. Meine brauche keine Nase. Das hat der Roller-Zurie-Zoll. Okay, ist okay. Mach deinen Namen rein, Datum rein, bitte. Okay. Ja, ich glaube, deine Haare sind noch nicht richtig festgearbeitet. Du musst noch ein bisschen kleiner andrücken. Fester andrücken. Okay? Dann kannst du mal hier. Ganz abgesehen davon, dass ein Typ ziemlich doof aussieht. Mach ruhig ein bisschen mehr Haare. Nicht nur so drei, vier Stück. Was alles jetzt klebt, geht wieder ab, wenn es trocken ist. Das heißt, du musst es mit dem Untergrund verbinden. Okay. Dann kann ich mir eine Pasta jetzt auch von dir. Krieg ich es noch. Voll oben, dann fällig ich es. Okay, klein Dofi auf Urlaub. So, Felix, hast du genug? Alles klar, bringst es rüber in den Trockenschrank, bitte. Hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dir. Aber ich würde jetzt mal noch ein Hals dran machen. Okay. 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 Alles klar. Okay. Alles klar. Okay. Mach mal das Bild da vorne, dann können Sie es sich angucken. Komm, Deep Faced Dawn. Komm mal ein bisschen näher. Ja, coole Visage. Kannst du so lassen, ab in den Trockenschrank. Okay. So, dein Gesicht sieht etwas leicht bohmser aus, aber ansonsten. Wir sind trainiert auf bohmser Gesichter. Es kommt ganz unten hin. Zeig ich mir auch mal. Ja, sieht ziemlich originell aus. Komm mal ein bisschen näher. Okay, mal. Komm mal ein bisschen näher. 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 Untertitelung des ZDF, 2020